Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe mir mal hier noch zwei Maschinen hingestellt und zwar einen Basic Compressor und eine Basic Centrifuge. Also noch mal eine zusätzliche gebaut, denn ich hatte immer das Problem, dass mir das Nitrogen ausgegangen ist. Da habe ich mir gesagt, so, ich lasse die jetzt hier die ganze Zeit laufen. Muss mal gucken. Ja, vielleicht fühlt es noch genügend da. Und dass wir da auch demnächst mal wieder gut Aluminium herstellen können, weil wie gesagt, das Ding hier war leer. Jetzt haben wir wenigstens wieder, jetzt könnten wir wieder 100 Stück herstellen vom Alu. Die werden wir ja auch demnächst alle brauchen. So, ja, dann habe ich mir noch eine Maschine gebaut und zwar einen Basic Extractor. Den habe ich mir gebaut, weil ich ja immer wieder mal Farben brauche. Und ja, mein Problem ist halt, ich muss ja die ganzen Häuser noch mit Glas versorgen. Und da habe ich immer gewagt, den noch zu bauen, dass wir da auch weiterkommen. Denn, jawohl, denn wir müssen ja hier noch einiges fertig machen. Aber, wie man sieht, hier ist jetzt schon ein langsames Dach drauf, hier noch nicht. Ich habe hier jetzt auch mittlerweile komplett, okay, nicht ganz komplett, aber fast das Dach drauf. Da fehlt auch noch einer. Beziehungsweise, ich glaube, da kann noch so ein Dachteil hin. Ja, auf jeden Fall, der Raum ist auch zu. Der Raum ist zu. Und der Raum ist auch zu. Jawohl. Das heißt, ich mache immer wieder jetzt auch weiter. So, dann, man sieht am Lager, das Holz ist auch mittlerweile oben. Und, kann man gleich mal gucken, wie es hier ausschaut. Denn wir müssen ein wenig mit dem Strom umbauen, weil, ja, da habe ich jetzt so gemerkt, dass ich da einen kleinen Denkfehler drin habe. So, nehme ich die gleich mal mit. Ja, was ist mein Denkfehler? Mein Denkfehler ist mit den Transformern. Es gibt nämlich drei verschiedene. Es gibt einmal den normalen. Dann gibt es einen High und dann gibt es, glaube ich, einen Power. Das werde ich euch gleich erklären. So, ja, genau. In der Zeit habe ich das ausgeleert. Dann kann ich mir auch gleich mal das nächste Hydrogen mitnehmen. 64 Stück. Wir gehen wieder rüber, weil ich will weiter, dass das Benzin verarbeitet wird. Die Ölquelle ist mittlerweile auch leer. Das heißt, wir müssen die auch mal demnächst umziehen. Da hinten haben wir auch noch eine kleine Ölquelle. Da kann er die auch abtragen. Dann haben wir auch genügend Platz, um sozusagen den Berg, ja, abzutragen. Ah, genau. Dann seht ihr hier, das habe ich jetzt auch schon mir mal auserkoren. Ich habe hier schon mal den Platz jetzt soweit frei gemacht. So groß wird ungefähr das Areal für die Raffinerie. Es kommen mindestens ein Stock drauf, wenn nicht sogar zwei. Und wie ich das insgesamt mache mit anderen mit der Verkabelung, weiß ich noch nicht. Das werden wir alles sehen. Vielleicht kommt da noch so ein Blockstock mit drauf. Habe ich hier die Straße. Und dann kommt ab hier dann das Chemiewerk hin. Das haben wir dann auch. Also das heißt, was ich momentan da drin alles habe, mit Hydrogen, Nitrogen und Oxygen. Das wird irgendwann alles dahinter wandern. Wie ich das zum Beispiel mit Seed Oil mache, weiß ich noch nicht. Zu was das gehört, könnt ihr mir ja mal reinschreiben. Als was ihr Seed Oil durchgehen lassen würdet. So, dann bin ich auch fleißig dabei mit den Bienchen. Ich habe hier meinen dritten Netz aufgestellt. Der steht jetzt sozusagen hier in der Tundra. Dass wir auch mal Windtree herstellen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal drei am Laufen. Und hier bin ich auch fleißig dabei, dass hier auch sich etwas weiterentwickelt. Aber das werden wir in der nächsten Folge mehr machen. Denn wir wollen am Strom arbeiten. Ja, und an den Pipes. Das ist schon mal das erste, was wir machen. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich nehme jetzt mal 20 Stahl raus. Ich hoffe, dass das reicht. Dann habe ich hier meine Tineys. Und das heißt, ich habe jetzt hier 40. Könnte hoffentlich reichen. So, genau. Dann kann ich euch jetzt das erklären. Ich habe es mir mal hier gleich rein gemacht. Es gibt den Low Voltage Transformer. Das sollte man nämlich am Anfang durchlesen. Und zwar, man kann 128 in machen und 32 out. Und er hat 4 Ampere. Und das ist nämlich genau das, was wichtig ist. Das heißt, wenn ich jetzt da einen LV Battery Buffer dran hängen habe. Mit vier Batterien. Dann reicht mir ein Low Voltage Transformer aus. Das heißt, es kommt MV rein und geht vier mal LV raus. Vier Ampere. Vier Ampere. Wichtig. So. Dann haben wir hier den LV High Ampere Transformer. Das hat, der hat jetzt auch 128 32. Aber er hat 16 Ampere Ausgang. Das heißt, da kommen jetzt schon 4 MV an. Und dann schickt der 16 LV raus. Also das heißt, wenn ich jetzt einen 4er Battery Buffer habe. MV. Dann schiebt er mir die 16 rüber. Und dann gibt es noch zu guter Letzt einen Low Voltage Power Transformer. Ja. Und der hat 64 Ampere Ausgang. Das heißt, der haut richtig raus. Also der sozusagen pusht dann komplett 16 MV Batterien. Und haut die sozusagen in 4 Low Voltage Battery Buffer und zwar die großen. so. Jetzt haben wir ja hier kein PC mehr drin. Merke ich gerade. Ja. Das wird jetzt wichtig, dass wir das jetzt als aller 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 erstes machen. So. Aber mein Problem wird jetzt sein, dass ich jetzt noch keine Pumpe dabei habe. Das heißt, ich muss gleich Pumpe herstellen. Tiny macht 800 Liter. So. Lass ich jetzt schon mal hier entlang laufen. Was ich auf jeden Fall am Schluss dann machen muss, ist dann auch noch, dass er nicht hin und her schwappt. Das muss ich dann auch noch zumachen. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hin muss. Ich muss auf jeden Fall da rauf. So. Und jetzt muss ich auf jeden Fall, weil das ist das, was ich machen muss. Ah, okay. Ja. So ist das richtig. So. Muss ich noch schauen. Ja. Es muss ja noch eine Decke rein. Das heißt, ich muss hier noch weiter runter. Ja. Wie gesagt, das muss man halt jetzt wirklich gleich machen. Sonst hat man ein Problem. Es soll ja nicht mehr zurücklaufen. Darf durchlaufen, aber nicht mehr zurück. Jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Wir werden es dann gleich wissen. Dann gehen wir mal hier entlang. Ich hoffe, dass die Pipes reichen. Noch sechs Stück habe ich. Nein, sie reichen nicht. Ich brauche noch eins. 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 Zwei Stück. Einen brauche ich noch. Clever. So. Jetzt muss ich mal. Vielleicht habe ich noch einen rumliegen. Dass ich da einfach beim letzten Mal noch nicht verbraucht habe. Wie gesagt, die werden auch dann irgendwann eingefärbt. Dass man dann weiß von unten. Ah, alles klar. Gelb. Da läuft jetzt Benzin entlang. Jawohl. Ich nehme jetzt mal Sicherheitshalber zwei mit. Lieber räume ich dann einen wieder auf. Halt. Ich brauche gleich eine Pumpe. Und ich müsste gleich am besten eine Pumpe mitnehmen, die auch 640 die hat. 800. Die macht jetzt 2560 Liter in der Sekunde. Aber das ist mir jetzt egal. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich irgendwann die Pipes sowieso austauschen muss. Weil wenn da drin, ja, acht Motoren drin stehen oder sogar noch mehr, dann werden mir die 800 Liter nicht mehr reichen. Weil die saufen mir dann schneller weg als ich gucken kann. Okay. Ne. Wir machen jetzt als erstes mal die Pipes fertig. Auch ganz einfach. Warum? Ha. Ich habe. Nein. Oder doch. Auch. Gepasst. Aber gut, dass ich zwei mitgenommen habe. Also. Sonst hat sich gereicht. So. Und dann heißt es jetzt. Mach's den hier bitte weg. Und die 800 Liter laufen raus. Wie gesagt, wird es dann erst interessant, wenn ich dann irgendwann auch wirklich alle. Und man sieht hier, ne. Es ist was drin. Und es fließt nach oben. Und wie gesagt, die Junkloader werden halt dann irgendwann das Wichtige dann sein. Weil es darf natürlich dann zwischen diesen Gebäuden, die müssen immer laufen. Entweder sie müssen sie immer laufen oder sie müssen immer aus sein. Aber man sieht es, ne. Das Benzin läuft rein. Perfekt. Also jetzt brauche ich mich schon nicht mehr darum kümmern. So. Aber wir haben jetzt hier, ne. 16 Batterien. Und haben hier einen Low Voltage Transformer. Also der macht jetzt 4 Ampere. Ja und das ist eine Reihe. Und ich brauche halt 16. Also das heißt, wir brauchen jetzt einen High Ampere Transformer. Und der ist jetzt erstmal das Wichtige, dass der funktioniert und läuft. Ich werde dafür noch bestimmt mehr brauchen. Aber jetzt muss das erstmal von Anfang reichen. So. Ähm. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 8 mal Stahl. Kommt da rein. Ich brauche mein Sintkabel. Ich weiß gar nicht. Das glaube ich, habe ich gemacht. Äh. So. Danach. Ich habe hier mal, äh, mir einen Draw hingepackt. Wo ich die Kabel drin habe. Und falls ich euch doch schon, falls ich es doch schon in der Folge war. Ist egal. Ich hab das jetzt nochmal gesehen. So. Dann heißt es jetzt Polyethylen rein. Dann heißt es das da, Item Output weg. Und wir haben einen Low Voltage Transformer. So. Und jetzt brauche ich für den nächsten, also für den High Ampere, brauche ich jetzt ein Kupferkabel, ein 16 faches und ein Tin Wire, ein 16 faches. Das heißt, ich brauche jetzt ein Stick davon. Und 16 davon. So. Die kann ich jetzt schon mal so entlanglegen. Klack. Ich glaube, es war zu viel. Aber ist egal. Ne. Ich brauche ein 16 faches. Oder? Ja. Ich brauche ein 16 faches. Und ich glaube, ich brauche auch einen Low Voltage Transformer. Da. Dann heißt es, wir laufen wieder rüber. Und was ich auf jeden Fall mache, ich werde die Batterien vorher rausräumen, bevor ich den rein mache und einstelle. Ich habe keinen Bock auf Bumm. Ich habe keinen Bock auf Bumm. brauche ich so dass wir wollen ja noch ein paar elfer maschinen ich bin mal gespannt wie lange das ist dauert bis ich das glas fertig habe dass ich da hinten auch ich schätze mal da muss ich wirklich strom überfluss haben was ich momentan noch nicht habe wir machen es jetzt auf jeden fall schon mal besser so und jetzt haben wir einen lv high ampere transformer und wir haben die nächste fest fertig versuche ich doch um ich versuche ein bumm aus dem weg zu gehen aber ich probiere es jetzt einfach das heißt ich brauche jetzt aus der abteilung auf jeden fall den soft mallet weil ich muss das ding ja auch switchen es wichtig ist halt nur wirklich mv lv unten kommt lv da ist mv und jetzt und ich hoffe dass es nicht so macht jetzt habe ich ihn geswitcht geht ja dasselbe also das heißt ich habe jetzt wieder gesagt er soll hoch transformieren von lv auf mv ne step up 32 16 ampere in 128 4 ampere das heißt also der hier was ich gesagt habe macht momentan nur vier hier unten drunter das heißt dem muss ich auch irgendwann austauschen aber sind momentan nur fünf batterien also fünf batterien drin das heißt das ist jetzt nicht die schlimmste dann haben wir ja wieder sozusagen einen low voltage dann haben wir hier wieder einen zugang auf acht das problem ist ich mache hier aus ich habe jetzt hier meinen hv kabel ich mache aus vier hv nein aus einem hv vier mv das heißt ich brauche hier auf jeden fall auch einen anderen und ich habe hier meinen low voltage transformer und da brauche ich einen ganz ganz anderen da bräuchte ich eigentlich sogar mehr weil ich habe momentan hier acht geht sogar gehen 8 und 8 dd gehen das heißt ich müsste hier jetzt daraus auch noch mal einen lv machen dann dann tun wir das auch auf der wohl hoffentlich nichts passieren da unten jetzt mal wir wird jetzt bald das zinnkabel ausgehen wir werden auch demnächst bald das zinn ausgehen also das heißt ich muss jetzt auch mal endlich schauen dass ich hier meine arzt verarbeitung mal langsam ans laufen kriegt so dann haben wir hier low voltage bei nummer 16 davon die aufteilung richtig zu machen die aufteilung richtig zu machen so ja also das heißt jetzt gleich werden jetzt die batterien da auch besser aufgeteilt und da wird jetzt auch jeden fall auch mehr rausgeholt also das heißt da wird jetzt auch mehr von den batterien eingepulvert sehr schön was will ich hier muss doch nach unten den darf ich jetzt nicht um transformieren aber der müsste jetzt genau die ganzen batterien nämlich befördern und wer hat den fehler entdeckt genau weil ich habe jetzt hier meine acht batterien keine 16 das heißt ich ne wobei schmatti doch der läuft nach oben der läuft auch nach oben passt ne ich habe alles richtig gemacht also die laufen die laufen sauber aber der ist voll und die laufen sauber perfekt also wie gesagt wenn ich noch mehr brauche müsste ich den hier auch austauschen und das wird auch irgendwann soweit sein oder gesagt ich wäre hier wie gesagt wenn das wirklich drei stockwerke werden der ganz hintere bereich werden irgendwann dann diese raffinerietower stehen die werden dann komplett über das stockwerk laufen über alle drei und dann ja sollte das auf jeden fall vernünftig alles angeschlossen sein so oxy das wird auf jeden fall interessant bis ich das dann alles sauber angeschlossen habe und vor allem so aufgebaut habe ähm dass alles richtig läuft so 31.000 na das heißt ja das muss ja automatisiert werden ja das wird auch auf jeden fall spannend weil ja ihr wisst ja ne also da kommen ich habe hier sozusagen leere zellen da kommt oxy raus oxy wird ähm er raus aus er wird dann sozusagen äh nitrogen gas und äh ne oxy zelle die oxy zelle muss halt dann sozusagen umgesetzt werden in äh flüssigkeit und wie gesagt solange ich noch keinen großen habe aber der große kommt halt erst ja hydro das ist andere so irgendeiner brummt die war ja klar muss ein neues kabel produzieren der ist jetzt auch den habe ich auch umgestellt genau ich habe den da mit dem da sozusagen gewechselt dass ich jetzt dann die möglichkeit habe da den tank rein und sozusagen hier dann den das lubricant rauszulaufen doch dann schauen wir mal schnell noch mal runter um benzin wie gesagt das ist der kleine aber feine vorteil wenn man und und gebetenen gäste haben bitteschön da zu verschwinden glaube ich bin viele zwei kippie auf dem dach wie gesagt erst mal wenn ich für alle funktionen wirklich auch laufen also wir haben jetzt drei millionen 346.000 leitführe drin und wir haben jetzt ja eine dauerhafte produktion weil ich muss jetzt kein benzin mehr nachfüllen man sieht jetzt auch dass meine batterien voll sind und jetzt habe ich da drüben auch dann kein problem mehr weil wir auch die ganze zeit die chance haben die batterie nachzufüllen 1,6 millionen eu pro batterie sind drin ok aber die schaffen es halt leider nicht ok sind auch nur acht also es laufen ja auch da drüben sieben maschinen oder sogar auch es laufen sieben maschinen und sie laufen ein bisschen nach oben aber wie gesagt das werden jetzt halt immer mehr das müssen jetzt mehr werden aber wie gesagt ich kann halt da drin erst alles abbauen wenn auch da drüben oder beziehungsweise woanders halt alles sauber läuft naja und das ist halt alles das ist alles chemiewerk dass da das da das da lubrikant also schmierstoff ist eigentlich auch chemie haben wir noch einiges vor uns so dann hätte ich gesagt dann gehe ich jetzt mal hin dann habe ich schon mal da acht und schmeißt ja auch gleich mal acht rein weil wir brauchen unbedingt alu weil auch da muss es weitergehen so stainless steel die habe ich auch schon mal vorbereitet ich werde aber nicht mehr in der folge kommen da aus so das heißt wir gehen jetzt noch mal runter aber erstmal ob ich alles da habe rv maschinenhalle packt man mal rein das brauche ich momentan auch nicht das brauche ich momentan auch nicht das weil man in der nächsten folge oder in der übernächsten folge braucht den lasse ich da aber wir brauchen jetzt bitte gelb das habe ich jetzt gesagt das müssen wir auf jeden fall machen denn wir wollen ja sagen dass das das die peibes für das benzin da kommt eine andere farbe hin das ist ja auch benzin das ist auch leid für also dazwischen muss man hier aufpassen nicht dass ich jetzt kabel und erwischt weil dann mal ich es auch an das war das war der erste pinsel komplett voller geld dann haben wir noch einen zweiten so ich wurde auch schon gefragt wenn ich dann mal wieder in den dungeon gehen ja danach hatte ich den spaß mit den spinnen danach hatte ich keine lust mehr auf dungeon habe ich aber auch schon für mich wieder im kopf dass man sozusagen bald demnächst mal die zweite ebene kieren dass wir da auch dass es da auch mal mehr weiter geht weil ich brauche irgendwann den ender mensch borne und ich hoffe dass der auch drunter ist das heißt wir gehen jetzt dahin so viel zeit muss sein muss sowieso unter das ist schon mal alles geld das ist ja das wichtigste ist eigentlich hier also ich ganz genau weiß alles klar das ist ja super wenn ich dich jetzt weg schlag bist du dann wieder normaler jetzt ein bisschen doof aber ihr habt es gesehen man kann also sozusagen die blöcke auch an malen das war jetzt der zweite war der komplette pinsel wodurch ist wie gesagt was ich halt noch nicht weiß ist wo ich die hinpackt aber man raffineriert es ja eigentlich eine eigentlich müsste es auch raffinerie sein weiß ist es eine andere raffinerie weil glaube ich zumindest also kenne mich auch so da bin ich ehrlich wenn ich eigentlich schon wieder hin braucht noch geld aber wie gesagt man man raffineriert jetzt geht es ja dann auch zu öl aber ich habe dann zieht oil und ich habe ja okay wo bei frucht dieses dieses fruchtzeug das ist jetzt eigentlich ja so eine art frucht presse ne perfekt habe alle ich habe alle den kann man es nicht anpinseln doch den kann man anpinseln wollte gerade sagen aber da muss man es nicken ja nämlich das geht auch so habe ich nicht gelben super tank das heißt ich weiß was drin ist perfekt das sieht gut aus aber wie viel öl haben wir noch drin 191.000 das heißt ich kann jetzt meine restlichen mein restliches sehr schön mein restliches öl dann auch noch aus dem öl tower rausziehen ist glaube ich aber auch nur noch 800 oder 900.000 drin aber dann ist der da hinten auf jeden fall leer da kann ich den sozusagen umswitchen einmal gucken wie es denn ausschaut mit dem öl also ich habe 325 meter so einen pick und ich vermute dass das der hinnere ist aber der ist dann leer wäre wirklich schon leer das heißt ich könnte sogar das ganze zeug auffüllen habe ich hier nochmal eine mit 186 das wird der vorderen sein den muss ich dann auch noch weg machen aber seine sachen mache ich dann immer auf screen das zeug zu switchen ja ja also wer da hinten der tower er da den moment wo man jetzt sieht der wird es dann sozusagen entleert und wird umziehen ok so und ich stelle schon mal da wo es in der nächsten folge weitergeht ja denn ich habe mich mal dadurch dass ich immer merkt dass ich immer weniger ja vom zeitmanagement momentan leichte probleme habe kann es auch sein dass meine folgen nur noch zwischen 30 und 40 minuten lang sind also nicht wundern kommt halt immer darauf an die zeit dass ich habe mit zwei dass ich nicht habe und ja wir werden mit den clubs beim nächsten mal ein bisschen weiter machen denn da kann man noch einiges verbessern und das wollen wir tun und dann ja wünsche ich noch viel spaß mit weiteren videos die euch eingeblendet werden würde mich freuen wenn dann daumen nach oben da lasst und wir sehen uns das nächste mal bis dahin